Hab ich was gegen Homosexuelle, Transsexuelle, Lesben? Da kommen wir drauf. Homosexuelle gibt es eigentlich so lange, wie es auch Menschen gibt und bis heute war es auch immer so, dass die noch nie irgendwie nicht akzeptiert waren. Da komme ich gleich hinzu. Aber dann kommt jetzt noch die Bisexuellen, die Transsexuellen, die Queers, was das auch ist, die noch nicht entscheiden konnten, was sie sind. Pansexuelle, Intrasexuelle, alles Mögliche. Das ist eine totale Verwirrung. Die einzigen, die bei den Buchstaben fehlen, sind eigentlich die Heterosexuellen, was wiederum eine Ausschließung ist, von dem, wenn man sagt, okay, wir wollen alle inklusiv haben, wir wollen eine Einheit sein, dann müsste man ja im Grunde genommen also die Sexualität, die sexuelle Orientierung von jedem Menschen feiern. Aber das wiederum wird wirklich mit ordentlich Geld gefüttert, damit da eine Bewegung zustande kommt. Dahinter sind dann riesig große Marken. Facebook unterstützt das, also sprich Meta, Google, dann Balenciaga, alle möglichen unterstützen das. Und jetzt müsst ihr euch fragen, wieso gibt es da überhaupt eine Unterstützung? Ganz einfach, das sind keine Liebmenschen, das sind keine Milliardenkonzerne, die einfach nur den Gedanken pflegen, dass sie die Menschheit so inklusiv wie möglich machen. Es geht ihnen schlichtweg darum, dass sie diese Machtverteilung aufrechterhalten wollen, damit sie ihre Vorteile haben und entsprechend davon profitieren, wenn die Masse untereinander sich gegenseitig zerfleischt. Also, das ist so dieser Krieg, der aus dem Nichts geschaffen wird und für Unruhe sorgt, was absolut unnötig ist. Bin ich Transfog? Leute, nein, ganz und gar nicht. Und ich glaube, ich rede im Namen von 95, 99 Prozent aller Menschen da draußen und aller Männer da draußen, die auch meinen Kanal anschauen. Die Sache ist, ich habe überhaupt nichts gegen Homosexuelle. Jeder soll tun und lassen, was ihm lieb ist. Und im Grunde genommen geht es mir einfach nur darum, dass man mir das Ganze nicht wirklich in den Hals reindrückt und von mir erwartet, dass ich dann entsprechend anders denke, anders rede. Ich habe null Probleme mit Homosexuellen. Hier in Dubai, in Baynes, kenne ich auch Homosexuelle. Die trainieren, die sehen in der Regel am besten aus. In der Vergangenheit hatte ich Homosexuelle im Freundeskreis. In den Anfang 20ern auch so meine Zeit, wo ich viel raus bin. Party machen mit Freunden. Meine Freunde, das waren Türsteher. Der eine war Stripper in einem Stripclub. Und wir sind da auch schon einfach so in Gayclubs gegangen. Einfach nur, weil die Musik verdammt gut war und sonst nichts Anständiges war. Mit Frauen, da kommst du rein und die haben wirklich die Fähigkeit, ordentlich Party zu machen. Ich würde behaupten, die Schwulen, die machen die besten Partys. Die können richtig aus sich rausgehen. Und einmal, auch eine lustige Story, waren wir da. Es war so meine Bodybuilding-Zeit und wir hatten ordentlich gefeiert. Und die haben sich auch alle irgendwie ausgezogen und rumgetanzt. Und ich kam auf die glorreiche Idee während dem Tanzen. Da dachte ich mir, ja, sind ja alle ausgezogen. Ziehe ich auch mein Shirt aus, habe es ausgezogen. Großer Fehler. Der eine hat mich dann so angepeilt und angefangen, mich anzutanzen. Das war mir verdammt unangenehm. Also ich weiß, wie das ist, liebe Frauen, wenn du plötzlich so jemanden an der Backe hast. Eine lustige Geschichte. Mein Kumpel ist dann auf ihn zu, hat was gesagt und danach ist er weg. Hab gesagt, was hast du ihm gesagt? Hab gesagt, du bist mein Freund. Der soll von dir weggehen. Und hat er uns dann auch in Ruhe gelassen. Also so viel zu Homophobie. Im Übrigen sind das, liebe Männer, Geheimtipp, die besten Wingmen. Wenn du einen schwulen Freund hast, die kennen gutaussehende Frauen. Und die haben das Talent, ihm nullkomman nichts dich zu verkuppeln mit der gutaussehenden. Also wenn du einen schwulen Freund hast, dann kannst du davon ausgehen, dass er die Macht hat, dass du am gleichen Abend mit der anderen rummachst. Also die besten Wingmen. Vielleicht noch anschließend dazu. 2017 hatte ich so meine Phase, wo ich mich auf einen Wettkampf vorbereitet habe. Mein Bart und meine Haare weiß gefärbt habe. Und in dieser Zeit habe ich irgendwie so den Nerv der Zeit vor allem bei den Homosexuellen getroffen. Und ich hatte jeden Tag ganz, ganz viele, die sich dann bei mir gemeldet haben. Komplimente, dies, das, Bilder, alles Mögliche bekommen. Ich habe es ganz locker genommen. Weil, um ehrlich zu sein, ist das auch das ehrlichste Kompliment, wenn man dann von den Männern da Bescheid bekommt, dass man gut aussieht. Es ist okay. Ob das jetzt von einem Mann oder Frau kommt, eigentlich nicht so wichtig. In der Regel ist es aber so, dass die Männer diesbezüglich sogar, das ist die gaussische Verteilungskurve. Männer haben den schlechtesten Style, aber auch den besten Style. Und die Schwulen in der Regel haben tatsächlich so den besten Geschmack. Also wenn die Geschmack haben, dann ordentlich, dann richtig. Und wenn du von denen ein Kompliment bekommst, dann machst du bestimmt was richtig. Also, soviel zu Transphobie. Null. Und ich glaube auch, dass da draußen meine Community nichts gegen Homosexuelle hat. Weil es ist nicht so, dass wir auf Straßenfeldzüge gehen und dann schauen, okay, wer ist jetzt homosexuell oder nicht. Das interessiert uns einfach nicht. Die sexuelle Orientierung von anderen Menschen ist denen überlassen und das interessiert uns nicht. Ja, warum gibt es Homophobie? Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Wieso gibt es Menschen, die Probleme mit Homosexuellen haben? Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht. Das eine ist, dass es für uns Männer nicht normal ist, dass wir plötzlich in der Beuterolle sind. Und wenn du nicht damit umzugehen weißt, du bist so der Jäger und dann plötzlich hast du Männer, die auf Männer stehen, dann ist es so komisch für dich. Du fühlst dich so, okay, bin ich jetzt die Beute? Liebe Männer, ich will euch die Angst wegnehmen. Homosexuelle stehen in der Regel nicht auf Heterosexuelle. Also klar, kann es sein, dass da ein bisschen, die schauen dich an und finden, siehst gut aus. Aber in der Regel ist es nicht so, dass sie dann sagen, okay, wir gehen jetzt uns heteros aufreißen. Dann das Zweite ist, dass man in der Regel nichts dagegen hat, wenn der Sohn von jemand anderem homosexuell ist. Aber wenn es der eigene Sohn ist, dann ist das kein geiles Gefühl. Ich kann es mir auch vorstellen, wieso, weil unter Umständen ist es so, dass das das Ende deiner Linie bedeutet. Wenn du einen Sohn hast und sagst, okay, alle meine Vorväter haben bis jetzt existiert, damit entsprechend die Linie weiter besteht, ist es so, dass du mit deinem homosexuellen Sohn unter Umständen die Linie cuttest, weil Mann und Mann funktioniert nicht, um jetzt zu reproduzieren, wenn wir jetzt von der DNA reden. Okay, geht nicht. Da könnt ihr euch einreden lassen, was ihr wollt. Also ich glaube, das ist so das Problem, wieso Eltern halt ein Problem damit haben oder Gesellschaftsgruppen damit ein Problem haben, wenn einer unter ihnen dann plötzlich homosexuell ist, dass das vielleicht schlecht für den Stamm ist und sich dieser Stamm nicht reproduzieren kann. Dann ist es so, dass bei uns heteros schwul als Schimpfwort gebraucht wird. Warum? Weil du disqualifizierst den anderen aus dem Genpool, wo er sich quasi mit den Frauen reproduzieren kann, weil der ist schwul. Das heißt, es findet eine gewisse Disassoziation statt, in dem, dass man sagt, der steht nicht auf Frauen. Und da werden sich halt die Männer und sagen, nee, nee, ich stehe auf Frauen. Und deswegen ist es so, dass schwul so ein Schimpfwort ist, was Hateros untereinander brauchen. Unterm Strich ist es, mein Gott, es ist eine Form von Identität. Das, was aber heute passiert, nochmals, da geht es einfach nur darum, dass man euch die Regenbogenflagge ins Gesicht kotzt, damit ihr einfach mal aus eurer stabilen Position wieder rausbewegt wird, damit sich wieder etwas Unruhe in deinem Leben tut und du in deiner Vibration, in deiner Frequenz wieder runterrutschst und du wieder unsicher bist, ob das, was du denkst, richtig ist oder nicht richtig ist. Weil jetzt plötzlich ist es so, dass man davon ausgeht, dass Geschlechts was Fluides ist, was über Tausende von Jahren nie irgendwie zur Frage gestanden ist. Und das wird auch in ein paar Jahren wieder nicht zur Frage stehen, ihr werdet es sehen. Das ist etwas, was gepusht wird, da fließen Milliarden rein. Hollywood investiert ohne Ende, die Companies, die Milliardengesellschaften investieren Milliarden da rein, damit unterm Strich die Menschen destabilisiert werden. Das Schlimmste wäre es, wenn die Menschen zusammenhalten, immer intelligenter werden und im Grunde genommen so zur Erleuchtung hochsteigen, indem dass sie sagen, okay, wisst ihr was, wir müssen uns da nicht gegenseitig immer ausklammern, wir sind inklusiv, danach ist es so, dass wir uns nicht immer messen müssen, also müssen wir weniger konsumieren. Danach sind wir in Liebe, Zufriedenheit, in Miteinander. Wir können dann halt entsprechend in unsere tatsächliche Macht und Kraft kommen, aber das würde natürlich ganz, ganz viele Unternehmen Umsatz kosten und das ist nicht gewünscht. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir bitte kurz in die Kommentare, wie viele Geschlechter es gibt.